Unfälle gehören zum Arbeitsalltag und können nicht verhindert werden. Da wäre es beruhigend, wenn man im Notfall sofort Hilfe anfordern könnte. Zum Beispiel mit einer Alarmserver-Lösung der BeraLam GmbH in Lees. Die BeraLam GmbH steht für Beratung im Bereich der Alarmierung und Realisation von kundenspezifischen Lösungen. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Anliegen und erarbeiten mit Ihnen zusammen ein Alarmkonzept, das Ihren Bedürfnissen angepasst ist. Unsere Alarmserver sind wartungsarme und langlebige Industriesteuerungen. Die Software dafür entwickeln wir in-house. Anwendungsbereiche sind technische Alarmierung, Personenschutz und Anbindung von Schwesternrufanlagen, zum Beispiel in Altersheimen. Die Alarme werden intern auf Endgeräte von Astra und extern als SMS, Pager, Voice oder Mail-Nachricht weitergeleitet. Die Installation unserer Systeme ist einfach und schnell, die Konfiguration bedienerfreundlich. Auf uns bieten wir Kundenschulung und technischen Support. Unfälle kann man nicht vermeiden, aber mit einem Alarmserver von BeraLam ist im Notfall Schnellhilfe zur Stelle. BeraLam mit Sicherheit gut beraten.